Ich lese ein bisschen querbeet durch die mittlerweile elf Bücher, die bei Temmen erschienen sind, und fange an mit einigen kurzen Prosa-Texten, die zunächst veröffentlicht waren in einem Buch, das hieß mal eben Zigaretten holen. Die Herren Jakobs und Schröder Herr Jakobs und Herr Schröder sind soeben entlassen worden. Herr Jakobs aus dem städtischen Gefängnis, Herr Schröder aus dem städtischen Krankenhaus. Beide trinken einige Biere. Herr Schröder, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, schlägt Herrn Jakobs, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist, seine Faust ins Gesicht, worauf Herr Jakobs ins Krankenhaus eingeliefert wird und Herr Schröder ins Gefängnis. Herr Dr. Wert. Als Herr Dr. Wert zum wiederholten Male auf einem internationalen Fachkongress behauptet, es sei wesentlich wahrscheinlicher und damit gefährlicher, an einer Banane zu ersticken, als auf ihrer Schale auszurutschen, wird er vom Auditorium ausgepfiffen, was ihn jedoch nicht daran hindert, die Probe aufs Exempel zu machen. Aus seiner Aktentasche zieht er eine Banane, streift mit lässiger Eleganz die Schale ab, lässt jene zu Boden fallen und verleibt sich die Frucht ein, an welcher er tatsächlich stehenden Fußes erstickt, während der herbeieilende Notarzt auf der Schale ausrutscht und lediglich als zweiter Sieger zu Tode kommt.